Und das tut mir jetzt furchtbar leid, in Ihrem Rücken zu stehen, also dass ich jetzt die ehrenvolle Aufgabe habe, nach diesem großartigen Tag Ihnen erstmal Danke sagen zu dürfen. Danke für Ihre Offenheit, danke für Ihre Kritik, danke für Ihre Bereitschaft, sich einzubringen. Und ich glaube, wir haben alle gemeinsam daran mitgewirkt, die Stärken unseres Landes aufzuzeigen, auch bei aller Freude an Konfliktfähigkeit. Wir haben auch, ja nun, Herr Elmar Falani, muss natürlich auch ins Spiel kommen, das ist ja spannend mit der gesellschaftlichen Dynamik und den Konflikten. Ich glaube, wir haben gemeinsam gezeigt, wie viel Kreativität, wie viel Engagement, wie viel Offenheit und wie viel Denkfreude in unserem Land sich befindet. Und ich glaube, wir haben auch gezeigt, dass ganz viel in NRW uns zusammenhält und wir sehr viel zum Zusammenhalt beitragen können. Dies war ein Tag der Integration am Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatten wir vorher gar nicht so bedacht, aber das ist ein sehr passender Zufall. Und wir denken, ein Tag reicht nicht aus. Er kann nur sein, ein Teil eines Jahres, er kann nur sein, eines ganzen Jahres, einer vielleicht auch mehrerer Jahre der Integration des gesellschaftlichen Miteinanders und der Arbeit an einer neuen gesellschaftlichen Dynamik. Es geht um eine Kultur der Anerkennung und der Gleichberechtigung, nicht nur des Willkommenheisens. Und es fordert die alteingesessenen Menschen genauso, wie die, die neu zu uns kommen, die Zivilgesellschaft und die Schutzbedürfnisse bedürftigen. Wie geht es weiter nach diesem Tag? Selbstverständlich haben wir uns vorgenommen, alles das, was Sie in unseren Foren beigetragen haben, alles das, was hier zusammengekommen ist, in den parlamentarischen Prozess im Land Nordrhein-Westfalen einzubringen. Wir haben uns vorgenommen, auch nicht mit dem Mantel des Schweigens über manche kritische Themen hinwegzugehen, sondern diese auch zu diskutieren und weiterzuführen. Wir werden natürlich die Ergebnisse dieses Kongresses auf unserer Homepage veröffentlichen. Wir werden Ihnen natürlich Dokumentationen zuschicken. Und wir werden Sie selbstverständlich auch weiter einladen, mit uns gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir die Herausforderungen auch meistern. Zwei Veranstaltungen sind ganz konkret schon geplant. Eine ist am 22.04. zum Thema Arbeitsmarkt und Integration. Und eine am 24.06., wo ich Ihnen dann auch einen interessanten Referent ankündigen darf. Zum Thema Bildung kommt Herr Mark Terkesidis. Wir werden in diesem Jahr sicher etliche politische Initiativen in NRW starten, um zu zeigen, dass wir Gestaltungs- und Umsetzungswillen mitbringen. Und ich glaube, dass auch diese Diskussion, die wir heute geführt haben, ein gutes Beispiel dafür ist, dass es gelingen kann, auch Integrationspolitik ein bisschen, ich sage mal, zu entstauben und zu neuen Ufern zu führen. Dabei können wir auf unsere positiven und negativen Erfahrungen aufbauen, wie Sie alle noch einmal gezeigt haben. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Ein Viertel der Menschen in NRW kommt aus Familien mit Migrationsgeschichte. Und bei allem, was wir jetzt tun wollen, auch im Zusammenhang mit den Geflüchteten, müssen wir uns, glaube ich, klar machen, dass wir auch die anderen, die Herr Elmar Falani so wirkungsvoll beschrieben hat, dass wir die mitnehmen und dass wir auch die Interessen an Konfliktbereitschaft und Gesellschaft damit einbeziehen. Es kommen Menschen zu uns mit unterschiedlichen Erfahrungen und Voraussetzungen. Und in einem meiner Foren ist gesagt worden, es ist doch ganz wesentlich, dass wir diese Menschen, die zu uns kommen, nicht allein als Leute begreifen, um die wir uns kümmern müssen, sondern als Akteure in einem gemeinsamen Prozess. Und in diesem Sinne, denke ich, stehen sehr, sehr viele Herausforderungen vor uns. Lassen Sie uns gemeinsam an dieser Aufgabe wachsen. Lassen Sie uns die Chancen nutzen und die Risiken verringern. Lassen Sie uns konflikt- und diskussionsfreudig sein. Und lassen Sie uns gemeinsam nach vorne gehen. Wir alle sind NRW. Vielen Dank und schönes Wochenende.